Weintasting in 90 Sekunden. Heute stelle ich euch den Vast vor vom Weingut Davino, zu einem der besten Weingüter Rumäniens. Er nennt sich nicht Davino, weil Zeptura die Weinlage und er hat einen schönen Trinkwein für uns, einen Winzerwein gemacht, sage ich jetzt mal, Cabernet Sauvignon mit schwarzer Mädchentraube und Merlot. In dieser Reihenfolge ist auch die Zusammenstellung. Es ist ein Wein für wirklich jeden und jeden Tag. Herrlich, herrlich. Den kannst du wirklich trinken. Das ist ein ganz, ganz schlichtes Etikett, aber genau so stellt sich der Wein vor. Er soll für jeden Tag sein. Es sollte nichts Besonderes sein, aber es sollte etwas darstellen. Sehr fruchtig, vollmundig, ganz dezente Säure im Abgang. Und dazu würde ich jetzt persönlich, also wenn ich die Wahl hätte, auch etwas dazu zu kochen, ich würde mein Gemüse ganz ehrlich gestehen. Es ist schwierig. Es ist einfach schwierig, dazu etwas zu kochen, weil der Wein ist eigentlich zu schade zum Kochen. Ich würde ihn einfach beim Kochen trinken. Es ist ohne Quatsch perfekt. Viel Spaß bei uns natürlich im Shop erhältlich. Zum Wohl. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.